1, 2, 3, 4 Viele sind am Verzweifeln. Sie merken, diesmal kann die Pause etwas länger dauern. Hey, lass dich nicht unterkriegen. Und die wollen doch, dass wir versauern. Sie haben seit Jahren nun und den ganzen Bullshit heimlich ausgeheckt. Sie warten einfach ab und sind am Falken im Bunker versteckt. Doch wer, wenn nicht wir durchkreuzen ihr perfides Spiel? Noch mehr von uns müssen auf die Straße, dass sie merken, wir sind viel. Sehr viel. Ihr geht zugrunde, meine Freunde. Euer Spiel ist bald aus. Viele Büffel sind ja hier in die Hände. Wer werft euch aus dem Hohen Haus? Ja, es ergreift euch viele Hände. Euer Spiel ist dann aus. Hey, mach doch nicht so ein banges Gesicht. Es erzeugt schlechte Stimmung. Und vor allem, es hilft auch nicht. Betet, tanzt, er ruft hervor euer inneres Licht. Sie können dies nicht zerstören. Genauso wenig will in Glauben. Ein spirituelles Zeitalternat. Lasst euch diese Hoffnung nicht rauben. Sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Er kommt wie ein Fallstrick über sie. Bei Tag und bei Nacht. Jetzt wird die Spreu vom guten Weizen getrennt. Ein anderer ist, der euch mit wirklichem Namen kennt. Der andere weiß, was Verwirklichung ihr nennt. Friede und Gerechtigkeit wird sein überall. Ganz andere Klänge ertönen und sagen im Ballall. Fass im Mut, das tut jeder Seele gut. Und gib niemals auf. Einst endet der böse Lauf. Kein Atheist kann Gott je widerlegen. Hey, sag doch Mist, fall auf die Knie. Dich erwartet ein Beben. Du verleumtest. Du zerstörst. All das wird dir nicht frommen. Du hast du nie geglaubt. Auch dein Erweckungstag wird kommen. Was steht jetzt im Buch des Lebens über dich geschrieben? Du hast das Gute gekillt. Du hast es übelst hintertrieben. Nun folgt die Belohnung dir auf dem Fuß. Dein Weiterexistieren hat sich verflüchtigt. Genau wie kreunlicher Russ. Anna Bramowitsch, Andy Clinton, Anke Gates, den schönen Gruß. Endlich sind vergangen eurem üblichen Stunden die Verführung zum Bösen. Ja, sie schlug viel verderbliche Wunden. Das ist vorbei. Ihr verlort das Auge, die höhere Sicht. Viel Dagebliebene sind aufscheinen. Bereits am Tunnelende sein Licht. Viel Dagebliebene sind aufscheinen. Bereits am Tunnelende sein Licht. Heute. Musik Wenn wir alle Gute. Untertitelung des ZDF, 2020